Musik Sie erschießen dich auf offener Straße Sie kommen zu dir nach Hause Sie erpressen deinen Arbeitgeber und hinterlassen eine blutige Spur quer durch Europa Die Presse verbreitet Terror und Angst Die Wirtschaft stürzt ins Chaos Aber sind wir wirklich schutzlos? Die Europäische Geheimpolizei ECSB schickt ihre beste Ermittlerin Agent Solveig Lang Sie ermittelt kompromisslos und über alle Grenzen hinweg Aber ihr Gegner ist ihr immer einen Schritt voraus und stellt ihr eine teuflische Falle Operation Blackmail von Jens Saborowski Ab August 2011 im Handel ằm Ca A B A A Vielen Dank.